Hallo, hi, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Rabaukenradau. Wir wollen heute mit dir über das Thema sprechen, ein Tierschutzhund zieht ein. Wir wollen heute einfach mal die Gelegenheit nutzen, so zu tun, als würden wir unserem komplett unerfahrenem Ich gegenüberstehen und was wir diesen beiden netten Personen erzählen würden, bevor sie ihren Hund bekommen, das wollen wir dir heute mitgeben. Vielleicht bist du ja sogar auch an dieser Stelle, vielleicht zieht bei dir bald ein Tierschutzhund ein oder du spielst mit dem Gedanken. Vielleicht können wir dir da heute so ein bisschen was mitgeben. Wir werden heute so ein bisschen über Do's und Don'ts sprechen, so ein bisschen aus unserer Trickkiste, aus unseren Erfahrungen sprechen. So kannst du heute von den Fehlern profitieren, die wir gemacht haben und musst sie nicht selber auch nochmal machen. Lasst uns mal anfangen mit der Zeit, bevor der Hund bei uns einzieht. Gibt da diese normale Prozedur mit der Organisation und den ganzen Vorkontrollen, die dort stattfinden und so weiter. Darum soll es heute gar nicht so konkret gehen, sondern wir wollen ein bisschen mehr darüber sprechen, wie du dich auf das vorbereiten kannst. Und ein ganz wichtiger Punkt, womit wir einfach mal anfangen wollen, ist zum Beispiel das Thema, geh vorher einkaufen. Genau das symbolisiert auch so ein bisschen, wie einfach eigentlich die Tipps sein sollen, die wir dir heute geben wollen, aber wie wenig Leute eigentlich auch über solche Sachen sprechen und dich auf sowas vorbereiten. Also, bevor dein Hund bei dir einzieht, geh auf jeden Fall nochmal einkaufen. Sorg dafür, dass dein Kühlschrank gefüllt ist, dass dein Vorratsschrank gefüllt ist. Wenn der Hund erstmal da ist, weißt du nicht, wann du das nächste Mal wirklich in den Supermarkt gehen kannst und wieder aufstocken kannst. Den Ratschlag haben wir tatsächlich damals auch beherzigt. Wir haben einen relativ gut gefüllten Kühlschrank gehabt, aber finden wir einfach super wichtig, an der Stelle nochmal anzuführen. Wir hatten es dir ja auch schon so in unseren letzten Folgen erzählt, dass unsere Anfangszeit ja sehr chaotisch war, dass wir teilweise gar nicht aufs Klo gehen konnten oder ähnliches. Also, da einkaufen zu gehen wäre damals absolut nicht möglich gewesen. Deswegen waren wir sehr froh, dass, wenn wir mal zum Essen gekommen sind, dass wir eben nur zum Kühlschrank laufen mussten und uns da eben bedienen konnten. Ja, und bei der Art und Weise, wie du einkaufst und was du einkaufst, solltest du dir auch vom Vorfeld ein bisschen Gedanken machen. Du könntest dir jetzt vielleicht denken, du bist dann ja in der Anfangszeit zu Hause, du hast viel Zeit, also kannst du die ganz ausgefallenen Gerichte kochen, wo du sonst in deinem Alltag nie so zukommst, weil du bist ja die ganze Zeit zu Hause. Eben nicht. Guck, dass du möglichst einfache Sachen dazwischen hast, Sachen, wo du nicht so viel Aufmerksamkeit brauchst, wo es auch nicht so schlimm ist, wenn dir dann doch nochmal eine Stunde länger stehen, mach es dir einfach so einfach wie möglich. Und guck, dass du auch irgendwas hast, was du dir einfach zwischendurch in die Hand nehmen kannst, dass du einfach mal ein Snack zwischendurch essen kannst. Das wird dir das Leben retten. Eine andere wichtige Sache, die wir, wenn ich mich richtig erinnere, gar nicht so gemacht haben, ist das Thema Gassistrecke. Vorher mal ablaufen, mal vorher schauen, wo kann ich denn eigentlich mit meinem Hund hingehen? Das klingt auch wieder total banal, ist aber super wichtig. Gerade wenn der Hund am Anfang dann bei einem eingezogen ist, sollte man ja generell schauen, dass man ihn nicht gleich überfordert, ihn nicht gleich einem riesen Reizaufkommen aussetzt. Und da kann es schon mal entscheidend sein, gehe ich jetzt hier mal rechts, gehe ich hier links, wie ist einfach so die Umgebung. Und da ist es halt auch wichtig, dass du dir die Strecken halt genau anguckst. Nicht nur einfach einmal jetzt nachmittags eine schnelle Runde. Ja, hier sieht es ganz nett aus, hier komme ich gut durch. Gehe da ruhig mal zu den Zeiten hin, zu denen du auch vorhast, mit deinem Hund tatsächlich Gassi zu gehen. Guck dir an, wie viel da los ist. Wenn dir auf deiner ersten Tour schon 20 Hunde entgegenkommen, ist es vielleicht nicht die beste Route für den Anfang. Wir wollen halt nicht gleich mit einer Reizüberforderung starten. Du musst dir auch überlegen, wie kommst du da hin? Und du hast vielleicht eine super tolle Runde rausgesucht und dann musst du auch nur 5 Minuten mit dem Auto hinfahren. Und wenn er nicht Auto fahren kann, was machen wir dann? Also such dir verschiedene Optionen aus in deiner Nähe, vielleicht auch, wenn es klappt, irgendwo du hinfahren kannst. Und guckst dir zu den Zeiten an, wann du da wirklich hin willst. Wie viel ist los? Ist das vielleicht totaler Berufsverkehr? Was auch immer. Mach dir ein genaues Bild von den Strecken, die du gehen möchtest. Nur wenn du gut vorbereitet bist, kannst du dann auch wirklich, wenn du mit deinem neuen Hund unterwegs bist, die volle Aufmerksamkeit auf deinen Hund lenken. Zur Länge der Strecke können wir vielleicht noch ergänzen, in der Kürze liegt die Würze. Mach am Anfang nicht zu viel. Such dir eher kürzere Strecken aus, vielleicht auch Strecken, bei denen du dann notfalls ein bisschen abkürzen kannst, falls es doch zu viel wird, damit du einfach da flexibel und auf die Bedürfnisse deines neuen Familienmitgliedes eingehen kannst. Ja, das ist so eine Sache, die wir leider gar nicht beherzigt haben. Also wir hatten damals, als Carlos dann da war, irgendwie diesen irren Gedanken. Jetzt ist er da, er war 27 Stunden unterwegs. Der hat jetzt richtig viel nachzuholen. Der muss jetzt ja einen Riesenbewegungsdrang haben und jetzt ist er ja da und wir wollen ja einen Hund, mit dem wir viel erleben können. Und wir sind dann wirklich ab Tag 1 beziehungsweise ab Tag 2 dann unnormale Strecken mit ihm gelaufen. Also solche Strecken würden wir jetzt nicht mal heute mit ihm nach dreieinhalb Jahren mit ihm laufen. Es war, also ich weiß wirklich nicht, was uns da geritten hat. Wir haben wirklich gedacht, wir müssen jetzt die Welt erkunden. Wir müssen ihm jetzt alles zeigen, was so, ja, die Welt so zu bieten hat. Und das war halt wahnsinnig. Also nie, 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 nie würden wir das jetzt wieder so machen. Also wirklich lieber kürzere, kleinere Runden. Aber gerade am Anfang lieber immer wieder die gleiche Runde laufen, bis die etabliert ist. So was gibt einfach Sicherheit. Stichwort, Rituale, Routinen. Also das ist mit eins der größten Dinge, die wir am Anfang falsch gemacht haben, dass wir viel zu schnell, viel zu viel verlangt haben und einfach die Runden utopisch lang waren und reizvoll waren. Und wenn wir an der Stelle ehrlich sind und uns angucken, wie Carlos vom Charakter her ist, wäre es für ihn wahrscheinlich sogar besser gewesen, wenn wir meinetwegen die ersten drei Tage gar keine Runde gedreht hätten, sondern auf die Terrasse gegangen wären, ihm da die Möglichkeit gegeben hätten, sich zu lösen, um einfach die Reize von ihm fernzuhalten und für ihn erstmal auch eine Atmosphäre von Ruhe etablieren zu können, damit er halt auch gut schlafen kann, damit er runterfahren kann. Da hätte die Terrasse für ihn am Anfang vollkommen ausgeweicht. Aber wir wollen ja erstmal darüber sprechen, was vor der Abholung, bevor er bei dir einzieht oder deine neue Hündin bei dir einzieht, worauf du da noch achten solltest. Was wir glücklicherweise gut beherzigt haben, war das Thema Sicherheitsgeschirr oder generell Ausrüstung besorgen. Und da kann man meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach nicht früh genug anfangen, weil man immer noch so ein bisschen längere Kommunikationswege hat. Also es war klar, Carlos kriegt ein Sicherheitsgeschirr, das wurde uns von der Orga auch so mit ans Herz gelegt. Aber die große Frage natürlich, welche Größe soll man da beschaffen? Und ja, wir hatten dann immer mit der Organisation Kontakt und die hat dann immer unsere Fragen der Pflegestelle weitergegeben, in der Carlos war. Und bis da dann wieder eine Antwort zurückkam, da sind dann immer einige Tage teilweise auch mal eine gute Woche ins Land gezogen. Bis wir da eben Rückmeldung bekommen haben, das ist einfach super, super wichtig. Was ich sehr schade fand, war, obwohl die Orga uns ans Herz gelegt hat, mit einem Sicherheitsgeschirr bei der Abholung aufzutauchen. Waren wir tatsächlich die einzigen von vielleicht 20 Hunden. Wie viele waren da? Ja, 30. Ja, dann sagen wir 30 Hunde. Wir waren einfach die einzigen, die ein Sicherheitsgeschirr dabei hatten. Fanden wir nicht so cool. Die meisten haben ihre Hunde wirklich einfach mit einem Halsband abgeholt, dass sie auch nicht mal mit einem Zughalsband oder so einfach ein ganz normales, wo der Hund ruckzuck rausschlüpfen kann, fanden wir nicht so cool und würden es deshalb nochmal dir wirklich ans Herz legen, wenn du jetzt vor dieser Entscheidung stehst oder vor diesem großen Kapitel auf jeden Fall ein Sicherheitsgeschirr. Sicherheitsgeschirr ist einfach super wichtig, weil es einfach durch den zusätzlichen Bauchgurt verhindert, dass dein Hund schnell rausschlüpfen kann. Auch ein Norwegergeschirr oder ein normales Brustgeschirr hat im Endeffekt nicht viel mehr Halt als ein Halsband am Ende des Tages. Wenn der Hund sich einmal erschrickt und rückwärts wegspringt, dann sind die raus. Und das ist einfach ein Faktor, den du auf keinen Fall eingehen willst. Also auf jeden Fall ein Sicherheitsgeschirr. Und ja, ich weiß, die Farbe ist auch wichtig und es soll auch schick aussehen, aber darum geht es in den ersten Tagen nicht. Der Hund muss erstmal sicher bei dir ankommen und da ist erstmal Funktionalität das Wichtigste überhaupt, weil der Hund muss da gut reinpassen, muss gut gesichert sein und muss damit sicher bei dir zu Hause ankommen. Du hast noch ein Hundeleben lang Zeit, ihn farblich abgestimmt auf deine Outfits auszustatten, wie auch immer du möchtest, aber erstmal ist die Funktionalität ganz oben und da würde ich auch definitiv den Tipp geben, besorg dir nicht ein Geschirr, besorg dir zwei Geschirre mindestens, besorg dir nicht eine Leine, sondern mindestens zwei. Du weißt nicht, was kaputt geht bei den Geschirren. Vielleicht sitzt die eine Marke überhaupt nicht an dem neuen Hund und es lässt sich einfach nicht passend anpassen. Du kaufst dir einfach Sicherheit damit, wenn du an der Stelle einmal ein bisschen Geld investierst. Und ich kann ganz ehrlich sagen, wir waren froh, dass wir zwei Geschirre hatten und dass wir mehrere Leinen hatten, weil die erste Leine mindestens ist nicht heile zu Hause angekommen und wenn du dann plötzlich zu Hause stehst und deine Ausrüstung einfach weg ist, viel Spaß. Wir haben vorhin schon festgestellt, du kannst vielleicht nicht mal einkaufen gehen, geschweige werden jetzt mal eben kurz eine Shopping-Tour machen und neue Leine bestellen und online bestellen willst du auch nicht. Ich weiß, viele sind schnell, kriegst du vielleicht sogar am nächsten Tag, aber du brauchst ja für den Abend schon eine. Und ohne Leine ist halt schon blöd. Und deswegen definitiv der Tipp, die sicherheitsrelevante Ausrüstung mehr als einmal da haben. Ja, und wenn wir schon beim Thema Sicherheit sind, dann würden wir hier auch ganz gerne nochmal das Thema doppelte Sicherung fallen lassen. Das machen wir tatsächlich teilweise heute noch, wenn es irgendwelche Situationen gibt, wo es wirklich stressig ist, wo es sein kann, dass Carlos Panik hat, ängstlich ist, dann kommt auch noch das Halsband ran. Wir nutzen tatsächlich sonst gar nicht so ein Halsband. Das ist bei uns wirklich nur so Thema, wenn wir zur doppelten Sicherung zurückgreifen. Das haben wir aber auch in der ersten Zeit so gemacht, dass wir in den Gassirunden dann auch wirklich immer Halsband, immer Sicherheitsgeschirr dran hatten. Und da auch gerne einfach mit einer zweiten Leine dazu. Du kannst dir dann auch die eine Leine irgendwie um den Bauch binden oder einen Bauchgurt besorgen. Die hängst du dann ins Geschirr ein. Die zweite nimmst du in die Hand, ans Halsband oder andersrum. Einfach nur, dass, falls er sich erschreckt und mal losbrettert. Und dir rutscht die Leine aus der Hand, dass du dich einfach da rückversicherst, dass du auf der sicheren Seite bist. Der Schreck wird groß sein, wenn dir die Leine das erste Mal aus der Hand gerissen wird. Ich kann dir fast versprechen, dass es passieren wird. Und dann willst du einfach auf der sicheren Seite sein. Und wenn du es wirklich dir einfach um den Bauch bindest, dann ist es auch keine große zusätzliche Belastung. Wo du meiner Meinung nach sparen kannst, gerade am Anfang, sind teure Hundebetten. Das stimmt. Ja, Carlos Hundebett, wir hatten das ja auch schon ein bisschen in der ersten Folge erzählt, dass das ja schon in der ersten Nacht dezent beschädigt worden ist, weil er da eben reingebissen hat aus Frust, aus Stress, aus allem Möglichen. Und ja, das Bett hat, ich glaube, 120 Euro gekostet. Das orthopädische Bett. Das war so ein schickes Ding und ja, war völlig daneben. Wir wollten ihm halt was Gutes tun. Wir wollten, dass er es schön hat bei uns. Ja, aber ein einfaches Bett oder wegen mir auch einfach nur ein Kissen oder eine Decke hätte es auch getan. Er hat ja sowieso nicht geschlafen in den ersten drei Tagen. Aber ja. Was wir aber an der Stelle wichtig finden, ist, dass man sich vorher schon so ein bisschen Gedanken macht. Wo sollen denn die Schlafplätze meines Hundes sein? Also wir haben damals irgendwie nur dieses Bett gehabt und gedacht, ja gut, das stellen wir jetzt halt ins Schlafzimmer und da kann er dann da hingehen und schlafen. Aber jetzt mittlerweile haben wir richtig viele Schlafplätze und finden das auch einfach ganz spannend, ja zu sehen, was für Liegegewohnheiten er hat, wo er sich wohlfühlt. Bei uns ändert sich das tatsächlich auch so ein bisschen mit der Jahreszeit. Also so im Frühling, Sommer liegt er viel auf dem Boden oder auf dem Tisch hinten bei uns an den Fenstern in der Ecke. Und im Winter ist es eher so, dass er auf seinem Sessel liegt und in seinem Bett. Also das ändert sich immer so ein bisschen und ich finde es eigentlich auch ganz cool, wenn der Hund verschiedene Schlafplätze so zur Verfügung hat und da einfach so ein bisschen frei entscheiden kann, wo er gerne hin möchte, wo er gerne schlafen möchte. Und nochmal zu der Hochwertigkeit in Anführungszeichen von Hundebetten, die man so kaufen kann. Ja, es gibt da echt tolle Modelle, die auch orthopädisch sinnvoll sind, die den Rücken des Hundes unterstützen, die ihm besseren Schlaf ermöglichen sollen. Lisa hat ja gerade gesagt, wir haben diverse verschiedene Plätze, auf denen er liegen kann. Meistens entscheidet er sich für ein altes Kopfkissen und am witzigsten ist es, hat in seinem Einbett hat er auch noch eine Decke drinnen liegen, wenn Lisa das frisch bezogen hat und die andere alte Decke dann noch, also der alte Bezug, dann noch kurz daneben liegt oder dann vorne bei unserer Wäschekammer liegt, der schläft auf dem Bezug. Ja. Der schläft nicht in dem orthopädisch sinnvollen Bett, der schläft nicht auf dem Sessel oder auf irgendwelchen schönen gepolsterten Kissen, der legt sich einfach auf dem Boden auf diesen Bezug. Ja, das ist schon immer ganz lustig und da kann man glaube ich so viel planen, wie man will und sich die besten Sachen da zu Hause hinstellen. Letzten Endes gibt dann der Hund die Richtung vor, das Tempo vor und ja, auch die Präferenz, wo er gerne liegen möchte. Aber lasst uns jetzt mal nochmal über Regeln sprechen. Regeln sind ein super wichtiges Thema. Damit meinen wir jetzt gar nicht mal unbedingt, dass du im Vorfeld schon dir überlegen sollst, wie du deinen Hund am besten schikanieren kannst, weil du ihm alles verbietest, sondern es geht einfach nur darum, besonders wenn du nicht alleine bist, klar zu kommunizieren mit deinem Partner, mit deiner Familie, welche Regeln ihr gemeinsam für diesen Hund etablieren wollt. Es ist super schwierig, wenn die eine Person sagt, der Hund darf nicht mit ins Schlafzimmer, aber bei der anderen Person darf er da mit ins Schlafzimmer. Einmal darf er auf die Couch, einmal darf er es nicht, mal in die Küche, mal nicht. Das wird der Hund besonders in der Anfangszeit nicht begreifen können. Er wird es nicht unterscheiden können, warum er jetzt das eine Mal ins Büro darf und das andere Mal nicht. Und damit holt ihr euch einfach einen Punkt ins Haus, der schon mal von Anfang an Riesenpotenzial für Frust beherbergt. Aber auch für fehlende Sicherheit, würde ich sagen. Weil wir sind ja große Fans von Routinen und Ritualen und einfach die Dinge immer wieder gleich zu machen und wenn so gewisse Dinge einfach wegfallen, ja, ist das für den Hund auch ein Mangel von Sicherheit. Also wir waren uns am Anfang relativ einig, Carlos darf in den Raum, in den Raum darf er nicht. Auf die Couch darf er nicht. Ins Schlafzimmer war am Anfang so, dass wir gesagt haben, wir möchten ganz gerne, dass er bei uns mit dem Schlafzimmer schläft. Das hat er dann aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Deswegen ist das Schlafzimmer jetzt mittlerweile wieder tabu. Aber einfach, dass man so einen Rahmen zu Hause schafft, damit der Hund weiß, okay, das darf ich, das darf ich nicht. Das ist okay, das ist nicht okay. Einfach damit er so eine Orientierungshilfe hat. Ich finde, gerade am Anfang ist das unbezahlbar, weil für den Hund ist alles neu. Er weiß nicht, wo er ist, was ja so passiert, wie so ein Tag dann auch aussieht. Und ja, da können Regeln ungemein wichtig und wertvoll für so einen Hund sein. Und überlegt euch auch genau, was ihr mit den Regeln meint. Ein Beispiel dafür, wir haben so eine schöne, offene Wohnküche, würden wir niemals wieder machen, aber ist jetzt nur mal so, wie es ist. Und da ist so eine Kücheninsel, wo man von beiden Seiten dann drum herum laufen kann und die andere Seite gehört so offen zum Wohnzimmer hin. Und Carlos darf halt nicht in diesen Küchenbereich hinter der Kücheninsel. Das war für uns ganz wichtig, weil besonders wenn ich da am Kochen bin, habe ich auch mal Kopfhörer auf und wenn ich dann durch die Gegend laufe, dann will ich nicht, dass ich ein Messer in der Hand über Carlos stolper. Das ist mir auch einfach irgendwo zu gefährlich oder wenn dann doch mal das Stück Fleisch runterfällt, dass das nicht schneller weg ist, als man gucken kann. An der Stelle ist es für uns aber sehr schwierig gewesen, diese Regel durch zum Beispiel ein Tor, das wir an der Stelle aufbauen, forcieren, weil wir einfach nichts Passendes gefunden haben, um diesen Bereich halt abzusperren, in Anführungszeichen. Wir haben aber in der Zeit dann, gerade in der Anfangszeit, auf dem Boden so einen Streifen Kreppklebeband einfach kleben gehabt. Einfach damit für, besonders eher für uns in der Anfangszeit klar war, er darf nicht über diesen Kreppstreifen drüber. Weil sonst gibt es da so einen Bereich von einem Meter Länge, wo man sich streiten könnte, ist jetzt in der Küche oder ist nicht in der Küche. Und wenn du da nicht diese klare Grenze hast, dann wird der Hund immer ein Stückchen weiter reinkommen, ein bisschen darf ich ja. Da kannst du dir einfach mit solchen Tricks selber helfen, zu sagen, über dem Kreppband ist nein, hinter dem Kreppband ist ja. Dann gibt es über den Punkt auch einfach überhaupt keine Diskussion mehr und auch keine Abwägung mehr. Eine Person sagt, bist du der Kante, ist okay, die andere Person bist du der Kante. Damit hast du es einfach viel, viel einfacher. Und ich würde sogar ehrlich sagen, dass Carlos irgendwann auch dieses Kreppklebeband verstanden hat, weil er dann auf dem Bauch so dann irgendwann auch von in der Küche lag und die Pfoten dann so genau an der Vorderkante von dem Kreppband abgelegt waren und er dann ganz unschuldig guckte. Also man kann sich mit solchen kleinen Tricks da schon helfen, aber es ist eben wichtig, dass man sich da im Vorfeld einfach schon Gedanken macht und sich vielleicht doch noch irgendwie was besorgt. Ja, aber das war auf jeden Fall gut, dass wir uns da schon im Vorfeld so ein bisschen Gedanken gemacht haben und auch erkannt haben, dass es potenziell schwierig sein könnte, das so ein bisschen klar zu kommunizieren, abzugrenzen. Aber jetzt mittlerweile ist das Kreppklebeband nicht mehr da, aber... Das war bestimmt aber noch mindestens ein Jahr dann. Ja, also es klebte schon relativ lang da. Es gibt da keine Sachen, die im Endeffekt verboten sind. Mach das, was du denkst, was euch helfen wird. Und wenn du merkst, dass es euch nicht hilft, dann probier was anderes und lass dir nicht zu viel reinreden. Hör da auch einfach ein bisschen auf dein Bauchgefühl, weil es können dir noch so viele Leute online in irgendwelchen tollen Ratgebern erklären, was das Beste ist oder wie auch immer. Wir werden dir auch nicht alles sagen können, was bei dir funktionieren wird. Das wollen wir ja auch gar nicht. Du musst es für euch rausfinden, was für euch funktioniert. Und da muss man halt ein bisschen Gedanken machen und dann findet man irgendwie auch für alles irgendeine Lösung. Ich glaube, wir sind sowieso die Weltmeister im Lösungen finden für Probleme, für die es eigentlich gar keine Lösungen gibt. Wir haben uns da, glaube ich, jetzt schon in den letzten dreieinhalb Jahren schon relativ gut zu helfen gewusst und irgendwie jedes Problem bisher ganz gut hingekriegt. Wir sind auf jeden Fall bisher jedes Problem in irgendeiner Form angegangen. Ja, das stimmt. Abschließend zu dem Thema, was könnte man noch vor der Abholung angehen, was ist vor der Abholung wichtig, finden wir es auch ganz praktisch, wenn man sich schon mal so ein bisschen umgesehen hat und geschaut hat, wer könnte denn mein potenzieller Tierarzt werden. Das haben wir tatsächlich gemacht. Wir haben hier am Ort dann auch schon angerufen und gesagt, hey, wir kriegen bald einen Hund aus dem Tierschutz und ja, nehmen Sie noch neue Patienten auf. Und Termin hatten wir damals noch nicht vereinbart, aber uns war es einfach wichtig, schon mal so ein Tierarzt zu haben und dann eben nicht erst, wenn Carlos da ist, dann die Suche zu starten und zu gucken, wo können wir jetzt mit ihm zum Tierarzt. Weil gerade wenn man einen Tierschutzhund holt, dann sind ja solche Sachen wie Mittelmeerkrankheiten wichtig. Also man muss auf jeden Fall irgendwie zum Tierarzt. Und deswegen ist es auf jeden Fall schon mega wertvoll, wenn man einfach dieses Backup schon hat und weiß, da kann ich dann hingehen mit meinem Hund. Und ja, gleiches gilt auch für das Thema Hundeschule, Hundetrainer. Wenn du unsere dritte Folge angehört hast, dann wirst du sicherlich verstehen, dass wir sagen, es muss nicht die klassische Hundeschule sein. Also es muss nicht die Hundeschule im Ort sein. Der perfekte Trainer muss nicht einfach dieses Standardmodell sein. Es kann wie bei uns auch eine Verhaltenstherapeutin, eine Tierärztin, Verhaltensmedizin sein. Aber einfach, dass man da schon mal so ein bisschen vorfühlt und schaut. Ja, haben wir auch gemacht. Die Trainerin, die erste Trainerin war ja leider nichts. Aber einfach, dass man schon mal dieses Backup hat und dann nicht erst, wenn man tatsächlich Bedarf hat, wenn man eine Hundeschule, einen Hundetrainer braucht, dass man da nicht erst mit der Suche starten muss. Weil nicht selten ist es so, dass gerade gute Leute schon gut ausgebucht sind und man dann irgendwie erst in, was weiß ich, zwei Monaten oder so einen Platz kriegt oder vielleicht gar nicht mehr reinkommt, wie auch immer. Aber einfach, dass man da schon was hat im Petto, worauf man dann so zurückgreifen kann, wenn Bedarf da ist. Thema Bedarf möchte ich nochmal kurz auf das Thema Tierarzt eingehen. Das ist einfach super wichtig. Wenn du einen Tierschutzhund gerade aus dem Mittelmeerraum hast, ist das Thema Mittelmeerkrankheiten bei dir auf jeden Fall ein Thema, das du dir abklären müsst. Vielleicht kannst du dir jetzt denken, ja, muss ich dann halt nach sechs Monaten zur ersten Untersuchung, um das einmal durchchecken zu lassen. Ja, du wirst in der Anfangszeit nicht so viele geplante Untersuchungen haben bei dem Tierarzt. Immerhin wurde er ja vor der Ausreise auch nochmal durchgecheckt, wie auch immer. Die Impfungen wurden aufgefrischt, sonst dürfte er gar nicht in Deutschland einreisen. Aber es kommen halt die Punkte, bei denen du nicht mitrechnest. Es kann halt immer passieren, dass irgendwas ist, wo du dann doch mal in den ersten Tagen einen Tierarzt hast und dann ist es einfach Gold wert, wenn du das schon mal weißt, dass die prinzipiell noch jemanden aufnehmen, dass du da einfach anrufen kannst und vorbeigehen kannst oder vorbeifahren kannst. Perfektes Beispiel von uns. Das ist mittlerweile fast ein bisschen peinlich, aber der Carlos hatte damals eine Zecke. Ich weiß nicht warum. Im Endeffekt war die Zeckenzange scheiße, aber ich würde sie jetzt nicht auf irgendwas anderes schieben. Wir haben diese Zecke nicht rausbekommen. Mittlerweile sind wir Meister da drin. Ich dachte eigentlich auch, dass wir vorher schon Meister da gewesen wären. Gerade durch unsere Pferdevergangenheit hatten wir eigentlich irgendwie Erfahrungen mit Zecken schon gesammelt. Aber diese Zecke ging einfach nicht raus. Die Zecke war auch sehr ungünstig gelegen. Die war nämlich relativ nah an Carlos' frischer OP-Narbe. Er hatte ja kurz bevor er ausgereist ist, wurde er noch kastriert. Und ja, da in der Nähe war die Zecke und du kannst dir vorstellen, wie herausfordernd das war, die da zu entfernen. Fand er ehrlich gesagt nicht ganz so geil. Tatsächlich sind wir dann mit dieser Zecke zum Tierarzt gefahren. Gelaufen. Gelaufen, Entschuldigung. Fahren war ja nicht über eine Stunde. Ja. Pro Strecke. Statt zehn Minuten zum Tierarzt zu fahren, sind wir eine Stunde pro Strecke gelaufen. Ich glaube, allein die Story ist nochmal eine eigene Folge wert. Es war auf jeden Fall katastrophal. Ich glaube, wir gehen da nochmal in einer anderen Folge drauf vorhin. Aber der Tierarzt war genauso katastrophal wie die Strecke. Also war es alles in allen wenigstens einheitlich. Aber im Endeffekt hilft es einfach, wenn du in so einer Situation dann nicht erst noch gucken musst, was mache ich jetzt mit, an wen kann ich mich wenden, sondern wenn du da einfach schon dein Büchlein hast, das du aufschlägst und da steht schon Tierarzt XY drin und dann bist du einfach vorbereitet und kannst dich dann wieder auf deinen Hund konzentrieren, weil das ist das Wichtigste. Dein Fokus gehört dem Hund. Ja, lieber haben und nicht brauchen als umgedreht. Genau. Dann wollen wir nochmal ein bisschen zur Abholung sprechen. Also jeder Tierschutzverein, jede Tierschutzorganisation macht das ja ein bisschen anders. Wir haben da jetzt schon bei ein paar so ein bisschen über die Schulter schauen können, also auf Social Media und haben gesehen, dass es da ganz viele Orgas gibt, die das schon mega gut machen. Also wo der Hund dann in seiner Box quasi übergeben wird, wo der Hund dann gar nicht mehr rauskommt und so direkt ins Auto gepackt wird und man direkt fahren kann. War bei uns leider nicht so. Wäre auf jeden Fall cool gewesen, wenn wir die Box mitbekommen hätten, aber war leider nicht so. Und wir hatten damals leider auch noch keine Autobox, weil wir auch nicht richtig wussten, wie groß Carlos ist. Und so richtig vernünftige Autoboxen sind ja in der Regel relativ teuer. Und dann haben wir gesagt, okay, für die Abholung verzichten wir jetzt erstmal auf eine Box schauen, dann, wenn er da ist, welche wir dann nehmen. War auch wieder ein großer Fehler, weil die Heimfahrt, haben wir dir ja schon in der ersten Folge erzählt, war katastrophal. Aber auf jeden Fall würden wir da empfehlen, irgendwie eine Art von Box, wenn eben keine gestellt wird von der Orga, die ins Auto zu packen. Es ist sonst einfach, ja, Mist. Autoboxen ist wirklich ein super hilfreiches Thema. Wir haben uns damals auf das Gepäcknetz bei mir im Auto verlassen. Das war keine gute Idee. Können wir mal anders nochmal drüber sprechen. Soll es jetzt heute nicht so konkret drum gehen. Im Optimalfall gibt die Orga dir, wie Lisa gerade schon sagte, die Box einfach mit. Ist leider nicht in allen Fällen so. Kann ich von den Orgas teilweise auch verstehen, weil das auch ein Kostenfaktor im Endeffekt ist. Wie gesagt, es kann halt sein, dass du eine Box bekommst, dass du keine mitbekommst. Und dementsprechend bereite dich darauf vor, deinen Hund sicher im Auto transportieren zu können. Was wir, ja, wo wir da, es war eher Zufall, dass wir das so gemacht haben. Das hat uns irgendwie auch keiner gesagt. Aber was jetzt im Nachhinein sehr wertvoll war, dass wir Futter mitgebracht haben und Wasser mitgebracht haben. Weil das war auch was, was wir erst so im Nachhinein rausgefunden haben. Es ist ganz oft so, dass die Hunde, wenn die lange unterwegs sind, dass die gar nicht so viel Futter kriegen. Carlos war eben nach dieser Reise völlig ausgehungert. Also er hat in zehn Sekunden hat er das aufgefressen. Der war so ausgehungert. Ja, also in der Hinsicht finde ich das wichtig, dass man da irgendwie was dabei hat. Wenn du Trockenfutter einplatzt, pack einfach den ganzen Sack ins Auto. Es ist lieber haben als nicht haben, wie eigentlich in allen Bereichen. Pack den einfach ein, nimm ihn mit. Fütter ist ihm bitte nicht alles, aber nimm es einfach mit und bist du safe und musst dir darüber keine Gedanken machen. Gerade auch Wasser würde ich dir auch auf jeden Fall raten mitzunehmen. Klar, du wirst sicherlich am Übergabeort auch Wasser bekommen können, aber du weißt nicht, wo das ist, du weißt nicht, wie weit du da hinlaufen musst und wenn der Napf dann leer ist oder wenn der Hund aufgeregt war und ihn einfach umgekickt hat, dann willst du nicht mit dem frischen Hund zusammen nochmal wieder zum Wasserhahn laufen, um den Napf wieder aufzufüllen. Versorg dir, keine Ahnung, 1, 2, 3, 1 Liter Flaschen, Pfandflaschen meinetwegen, spül die aus, mach da Leitungswasser rein, nimm eine kleine Schüssel mit oder deinen Napf halt mit, dann bist du einfach auf der sicheren Seite. Die packst du dir im Auto irgendwo hin, dass du gut rankommst, dass sie einfach griffbereit sind. Hast du noch einen Punkt mehr, wo du dir keine Gedanken groß drüber machen musst, wenn du dann deinen Hund bei dir hast. Was wir beim Futter auch nochmal wichtig finden ist, ja, nimm keinen Mist mit. Wir hatten neben uns, also es standen ja ganz viele Autos und neben uns hatte so ein Pärchen geparkt. Wir hatten Mozzarella-Bällchen dabei. Ich weiß noch ganz genau, wie die dann irgendwie so zu ihrem Auto gingen und mich so anlachten und mein, der hat schon die ganze Tüte Mozzarella-Bällchen gepressen. Ja. Mittlerweile kann ich drüber lachen in der Situation, ich war einfach nur total perplex, aber ich meine, war sowieso alles sehr surreal an dem Tag, aber diese Situation einfach am herzlichen Glückwunsch, keine Ahnung. Ja, gerade nach so einer Reise ist ja der Hundemagen eh super empfindlich, nicht selten haben die Hunde da ja auch Durchfall und gerade bei so Mozzarella-Bällchen muss man ja auch immer schauen, verträgt es der Hund überhaupt und ja, also im Nachhinein kann man ja dann immer noch so ein bisschen rausfiltern, verträgt mein Hund das oder nicht, aber jetzt gerade so für den Anfang finde ich es, glaube ich, schon wichtig, dass man versucht, alles ein bisschen zu reduzieren und den Hundemagen auch irgendwie so ein bisschen zu schonen. Im Idealfall weißt du auch schon, was dein Hund vorher gefressen hat, die Information hatten wir leider nicht, aber wenn man irgendwie einen guten Draht und guten Kontakt zur Pflegestelle hat, dann kann man da ja auch schon mal ein bisschen vorfühlen und schauen, welches Futter hat der Hund bisher gefressen und da dann eben, ja, das entsprechend beschaffen. Das ist natürlich Gold wert, wenn man auf diese Information zurückgreifen kann. Was uns bei dieser ganzen Thematik, ein Tierschutzhund zieht ein, super wichtig ist, ist das Thema Zahlen. Wenn man googelt, wenn man sich andere Podcasts zu dem Thema anhört, dann liest man eigentlich überall irgendwelche Zahlen. Der Hund braucht vier Wochen, bis er eingewöhnt ist. Der Hund hat nach sechs bis acht Wochen eine Bindung zu dir aufgebaut. Das sind Zahlen, an die man sich gerne klammert. Wenn man Ersthundebesitzer ist, wie wir damals, wenn man noch ein bisschen unsicher ist, wenn man noch nicht so richtig weiß, ja, was habe ich denn da eigentlich für einen Hund, wenn man auch noch kein richtiges Bauchgefühl hat, dann klammert man sich sehr gerne an solche Zahlen. Wir finden es aber höchst problematisch, super gefährlich irgendwie auch, sich an solchen Zahlen festzuhalten, weil man dadurch dann, ja, dazu neigt, so ein bisschen eine Erwartungshaltung an seinen Hund aufzubauen. Es ist super wichtig, dass du einfach für dich, für euch akzeptierst, dass ihr euer eigenes Tempo habt und dass nicht irgendein Blog im Internet oder irgendeine schlaue Lisa oder Nikolas dir jetzt sagen, nach zwei Wochen kannst du dir im Freilauf draußen mit deinem Hund rumrennen, weil dann hat er eine fertige Bindung. Das ist totaler Quatsch. Es dauert so lange, wie es dauert und es gibt da keine Regeln und es gibt auch keine konkreten Regeln, was für euch am besten ist oder was für euch sinnvoll ist. Und wir haben es doch irgendwann auch bei Menschen akzeptiert, dass jeder Mensch für sich einzigartig und anders ist. Warum wollen wir das bei Hunden nicht akzeptieren? Das ist einfach, er ist oder sie deine Hündin ist, wie sie halt ist und die braucht halt so lange, wie sie braucht. Du darfst dir die Zahlen gerne angucken, du darfst sie dir gerne als Richtung von einer Dimension her merken, gerade wenn du noch nicht viel Erfahrung hast, aber sei bitte nicht enttäuscht, wenn es in der Realität einfach komplett anders ist. Wenn wir uns die Zahlen so angucken, was man online lesen kann, zu wann ist der Hund angekommen, was findet man da so? Ja, so ungefähr vier Wochen. Ich würde sagen, frühestens nach einem oder eineinhalb Jahren würde ich Carlos als angekommen bezeichnen. Bei uns hat es wirklich sehr, sehr lange gedauert. Also 70 Wochen. Mal so im Verhältnis einfach. Das ist auch nicht schlimm, dass er jetzt dafür länger gebraucht hat, um anzukommen, aber du musst dir im Klaren sein, dass diese festen Zeiträume, Zahlenangaben einfach nichts wert finden. Ja, es gibt tatsächlich auch so eine Regel, da sind wir erst letztens drüber gestoßen, die 3-3-3-Regel. Also der Hund braucht drei Tage, um ja so ein bisschen angekommen zu sein. Drei Wochen, um so die Regeln, die Routinen, die Rituale so ein bisschen verinnerlicht zu haben und drei Monate, um ja so richtig, also drei Monate danach ist die Eingewöhnung abgeschlossen. Der Hund hat schon so eine Bindung aufgebaut. Und solche Zahlen finden wir einfach höchst problematisch. Also bei uns ist das sowieso fernab. Also nach drei Tagen war bei uns ja eher erst mal so, okay, wir konnten... Der erste Nap. Ja. Carlos hat das erste Mal richtig geschlafen. Wir haben irgendwie auch mal mehr als eine Stunde geschlafen. Es ist einfach... Ich kann das gut nachvollziehen, dass solche Zahlen irgendwie auch ein Stück weit eine Hilfestellung sein können, aber es ist einfach bei uns jetzt völlig realitätsfern. Aber lasst uns noch mal weitergehen, was jetzt nach dem großen Tag passiert. Ihr seid jetzt zusammen, zu zweit, zu dritt, wie auch immer, zu Hause wieder angekommen und wollt jetzt den Rest eures zukünftigen Lebens miteinander starten. Was können wir euch hier noch mitgeben? Ich glaube, für uns wäre es damals wahnsinnig wertvoll gewesen, wenn uns jemand gesagt hätte, Leute, Carlos ist nicht dankbar, dass er hier ist. Er wird euch nicht mit Freude, mit Liebe, mit was weiß ich überschütten. Für ihn hat sich gerade alles verändert. Durch die Adoption ist er aus seinem gewohnten Umfeld gerissen worden. Einfach, dass so unsere Erwartungen an das Leben mit Hund, an ihn irgendwie... Das hätte uns auf jeden Fall gut getan, wenn wir das direkt von Anfang an verinnerlicht gehabt hätten und auch einfach mit dieser Ansicht, mit diesem Mindset auch irgendwie an die ganze Sache rangegangen wären. Du musst dich einfach davon verabschieden, dass dein Hund automatisch dankbar ist. Stell dir einfach mal vor, der Hund hat mit diesem Umzug gerade den größten Horror seines Lebens wahrscheinlich erlebt. Er ist, wie Lisa gerade sagte, gewohntes Umfeld, ist weg. Da sind plötzlich neue Leute. Da ist ein Horrortrip dazwischen gewesen, um zu dir anzukommen. Egal, ob es jetzt Flieger oder Transporter oder was auch immer ist. Alles, was er kannte, ist weg. Und plötzlich ist er jetzt in einem komplett neuen Umfeld. Da ist er erstmal nicht dankbar. Da kannst du machen, was du willst. Da kannst du noch so eine gute Hundemama oder noch so ein guter Hundepapa sein. Erstmal seid ihr der Feind. Ihr seid daran schuld, dass sein Leben, so wie es bisher war, vorbei ist. Und das ist erstmal der Punkt, den ihr akzeptieren müsst. Euer Hund wird euch dankbar sein. Ja, wenn ihr zu eurem Hund eine Bindung aufbaut. Wenn ihr eurem Hund ein neues Leben gebt. Aber erstmal müsst ihr was leisten. Ja, ihr müsst ihn erstmal ankommen lassen. Ihr müsst die neue Welt in seinem Tempo erkunden. Und das ist so, so wichtig. Also das ist wirklich mit eins der Dinge, die wir damals unfassbar falsch gemacht haben. Keine Ahnung, wo dieser Gedanke herkam. Wahrscheinlich, weil es irgendwie überall so ein bisschen eingetrichtert wird. Dass man ja einen Hund dann aus dem Tierschutz rettet. Ja, ich weiß nicht. Also das war wirklich das Blödeste, was wir gemacht haben. Zu denken, dass Carlos dankbar sein wird. Ja, für unsere Entscheidung, ihn in unser Leben zu holen. Ich glaube, der nächste Tipp, den ich mir selber oder uns beiden geben würde, wäre einfach mal so gefühlt, hätten wir uns damals die Leine anlegen sollen und irgendwo anbinden sollen, damit wir den Arm Carlos mal in Ruhe lassen. In den ersten Tagen streich einfach alles aus dem Programm raus, was du dir vorgestellt hast. Geh vielleicht raus kurz zum Lösen. Ganz kleine Runden. Terrasse, Garten, je nach deinen Möglichkeiten. Aber dann ist gut. Mehr gibt es nicht. Falls er überhaupt raus möchte. Es gibt auch genug Hunde, die du in den ersten Tagen gar nicht rausbekommen wirst. Die halt erst mal sich irgendwo verkriechen und weg sind. Carlos war nicht der Verkriecher, ist er auch immer noch nicht. Aber verlang nichts von ihm. Wenn du schon Regeln aufgestellt hast, darfst du sie forcieren, ja. Aber fang nicht an, mit deinem Hund zu trainieren oder mit ihm großartig Spiele zu spielen oder was auch immer. Lass ihn ankommen. So die Weichen für das Zusammenleben kann man schon auf jeden Fall stellen. Aber wirklich Step by Step. Carlos konnte irgendwie schon am dritten, vierten Tag, konnte irgendwie schon Sitzplatz, Foto geben, keine Ahnung. Also ich kann wirklich nur den Kopf schütteln über uns, was wir da von diesem kleinen Hund alles verlangt haben. Es war auch einfach die Gefahr. Also Carlos ist eben kein Hund, der zeigt, wenn er müde ist. Bis heute ist es wirklich für uns, also für uns ist es mittlerweile gut, an wirklich Kleinigkeiten festzumachen. Aber für einen Außenstehenden ist das schwierig zu erkennen. Und er war eben früher auch schon so ein Hund, der für alles mehr oder weniger gebrannt hat. Er wollte immer dabei sein, alles machen, ja, ja, ja. Und wir haben uns davon auch irgendwie ein bisschen mitreißen lassen und haben das einfach nicht erkannt. Also wie Nikolas schon gesagt hat, wir hätten uns irgendwo anbinden sollen und ihn einfach mal in Ruhe lassen sollen. Und auch was so die Kontaktaufnahme betrifft, also einfach ihn mal die ersten Schritte machen lassen und nicht dieses, jetzt haben wir einen Hund und jetzt wird gestreichelt und jetzt, ja, also wir haben ihn wirklich überfallen. Wir haben es nur gut gemeint, aber wir haben ihn, ja. Wir haben einfach viel zu viel von ihm eingefordert im Endeffekt, weil wir dachten, dass es das Richtige ist. Und weil er das ja auch verdient hat, dass er viel Aufmerksamkeit bekommt und dass er vom, so vom Richtung, sagen wir mal Rasselprofil, das ist jetzt irgendwie die falsche Bezeichnung bei ihm, aber von dem, was wir über ihn wussten, war er halt ein Hund, der viel Auslastung braucht. Und man hört ja überall, die Hunde musst du auslasten, wenn die halt Energie haben. Haben wir halt gemacht. Wir haben ihn halt so lange ausgelastet mit der Hoffnung, dass er irgendwann müde wird. Oder nicht. Ja, oh Wunder. Ja, weniger ist mehr am Anfang. Und das eigentlich in fast allen Bereichen, außer dem Sicherheitsgeschirm. Ja, das stimmt. Genauso auch weniger ist mehr, was Thema Besuch angeht. Lass es einfach sein. Ja, wir können gut nachvollziehen, dass Familie, Freunde dann auch das neue Familienmitglied gerne kennenlernen wollen. War bei uns nicht anders, aber das haben wir relativ konsequent gemacht. Also ich glaube. Da haben wir uns viel Zeit gelassen, ja. Und dann auch erst mal nur eine Person. Und ja, also in der Hinsicht können wir uns auf die Schulter klopfen. Da haben wir eine gute Entscheidung getroffen. Aber auch das, der Hund ist ja noch ganz lange hoffentlich dann bei euch. Also lasst euch da mit Besuch Zeit. Erst mal können es auch einfach nur Bilder sein oder Texte. Gerade nochmal zum Thema Familie, Freunde und so weiter. Ich kann euch versprechen, alle werden euch Tipps geben. Plötzlich wird die Nation zu Fußballtrainern. Aber wir kennen es alle. Aber ihr seid mit eurem Hund zusammen. Ihr lebt mit diesem Hund zusammen. Und ihr könnt, ihr seid die einzigen, die beurteilen können, was das Richtige für euch und auch für euren Hund ist. Nehmt es nicht zu sehr zu Herzen, was von der Familie kommt oder auch was von Freunden kommt. Oder von vermeintlichen erfahrenen Hundebesitzern. Ihr seid in der Situation. Ihr habt die Situation zu Hause. Ihr seht, was funktioniert und was nicht funktioniert. Nicht falsch verstehen. Tipps können toll sein. Und ihr könnt auch nicht alles alleine lösen. Aber am Ende des Tages müsst ihr die Entscheidung treffen, was ihr annehmt und was ihr umsetzen wollt. Und lasst euch da auf keinen Fall reinreden. Und ganz wichtig, die Zeit mit seinem Hund auf jeden Fall genießen. Auch wenn es herausfordernd ist, wenn es stressig ist, wenn man wenig schläft. Die Zeit gibt euch keiner mehr zurück. Genießt es trotzdem. Es ist ein ganz, ganz aufregendes Kapitel, was da beginnt. Es ist ein Riesengeschenk, wenn ihr es dann irgendwann erreicht habt, dass euer Hund wirklich langsam anfängt anzukommen. Wenn ihr euch auf den Boden setzt und euer Hund einfach von sich aus zu euch kommt, euch anstupst, euch Aufmerksamkeit von euch in einem liebevollen Form einfordert. Das ist einfach der Punkt, wo mir persönlich das Herz aufgeht, mein Carlos, auch heute noch, wenn er von sich aus zeigt, hey, ich hab euch lieb. Ja. Es ist doch ein schönes Ende für die heutige Folge. Schön, dass du heute uns wieder gelauscht hast. Ich hoffe, da war ein bisschen was Spannendes dabei, wo du vielleicht noch nicht so dran gedacht hast. Selbst wenn du schon erfahren bist, wenn du schon deinen Tierschutzhund zu Hause hast, hoffen wir, dass die Folge für dich auch spannend war. Wir können ja gerne mal ein bisschen zusammen sammeln. Du wirst auf Instagram einen Beitrag von uns finden. Da kannst du sehr gerne mal kommentieren, was so deine Do's und Don'ts in Bezug auf ein Tierschutzhund zieht ein sind. Vielleicht magst du uns so ein bisschen von deinen Erfahrungen erzählen. Welche Fehler hast du so gerade in den ersten Tagen, ersten Wochen gemacht? Ja, würden wir uns freuen, wenn wir da so ein bisschen mit dir sprechen können. Haut gerne alle euren Geheimtipps raus, damit alle davon profitieren können, damit wir einfach gemeinsam das Leben von vielen Hunden besser machen können. Genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.